Hallo und willkommen zurück zu Worms Armageddon und wir spielen heute das Retro-Pack, die Retro-Kampagne und das mit Level 4. Also das Spiel, das wird deutlich schwerer, also die Retro-Kampagne, ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal richtig hängen werde. Ja. Ich glaube, es war keine gute Idee, die Abkürzung durch diesen Blumengarten zu nehmen. Der Gesichtsausdruck des Gärtners verrät mir nichts Gutes. Drücke A, um fortzufahren. Tun wir das mal. Wir sind ja ziemlich schön im Blumenland. Wir haben links den Luca und rechts den Patrick Megaman. Und in der Mitte schön versammelt hier ein paar Würmchen und ich würde sagen, schöne Benzinbombe rein. Ach komm. Ach komm. Der war ein bisschen kurz, Luca. Das ist doch nicht deine Angst, oder? Na ja, schlimmstenfalls müssen wir das nochmal machen. Aber, hier ist noch nichts verloren. Wir möchten ja nicht den Tag vor den Abend loben. Und deswegen... Schmeiß mal einfach mal eine schöne Granate da rein. Der Patrick Megaman, ich sag's doch immer, der hat's einfach drauf. Also, was der an der Hand nimmt, das wird zu Gold. Einfach mal, ja, und noch schön mit den Schildern zucken. Einfach mal so, ja. Ups. Das war nicht so geplant. Okay. Ja, Luca darf jetzt den letzten Wurm sozusagen töten. Boah, wir haben da oben Feuer. Ja. Okay, wir haben das wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht. Genau so. Ah, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Und jetzt... Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, probieren das mal. Okay. Immerhin 17 und er steht jetzt in einer schlechten Position. Boah, nein. So nicht hier. Ja, was machen wir mit Patrick Megaman? Ich würde sagen... Wir haben wahrscheinlich... Ja, wir haben noch einen Ninja-Seil. Gut, machen wir das so. Das Kau-Kau-Kau-Kau-Kam. Jawoll. Ah, setzen wir uns mal hier ab. Und einfach mal mit der UC schön drauf halten. Ja, das... Das war's schon. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Sauberes Match, würde ich sagen. Und ja, das war's erstmal soweit von mir. Macht's gut, bleibt artig. Und bis bald.